Das ist EARTH RADIO und jetzt hier ist HUMAN MUSIC So Freunde Moin Heute haben wir zwei Gäste Zwei Gäste Und wie heißt ihr? Tino und Rosa Tino und Rosa Und wir machen jetzt ein bisschen Training, oder? Achtung ich geh runter Sehr gut Und Achtung Ja komm, bleib stehen Und spring runter Zack Und jetzt Rosa Sehr gut So Schon stabil Das macht Ich weiß nicht warum das macht Weißt du aber auch nicht Weil das ist gut Und runterspringen Schafft ihr es beide Kreiszeichen drauf zu stehen? Nein Ja Fall Alle mal einen Daumen in die Kamera Und Okay Okay Ich suche mich Ach du meine Liebe Sehr schön Okay W IM I I Ich 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 W W W W W Tschüss sagen? Tschüss. Ich komme gleich noch mit raus, aber hier muss ich noch ein bisschen fleißig sein. Wir sind so cool. Und wir trainieren jetzt weiter. Man weiß einfach nicht, was man mit so einem Bein auf einem Movie machen soll. Ist immer ein bisschen schwierig, aber Halleluja. Ist das geil, mal wieder auf Movie zu turnen. Oh, ich habe Tape für dich, was ich nicht mehr brauche. Leukotape, doppelt so breit wie das da. Cool, danke. Ich würde dich nicht vergessen, weil ich schleppe das immer mit. Jetzt? Danke. Guck mal, wie hilfsbereit ich bin. Ich habe es auf Filmen. Wahnsinn. Johannes, ich ziehe mir das T-Shirt an. Oh ja, endlich kriege ich mal endlich mehr Views. Sehe ich? Was denn? Oh, die ganze Gang ist hier. Adi mit den Breitern hier. Volle Riege. Und die Eva. Und die Janika. Und ihr krasser Oberarm. Wahnsinn. Und der Santi. Schön. Johannes, jetzt kann er ja Pauli füllen. Ich kann Pauli. Endlich mal Inhalt. Sehenswerter Inhalt. Und Tino und Rosa. Das habe ich noch gar nicht trauen. Janika geht jetzt auch. Ich glaube, hier sind mehr Kinder als wollte ich hören. Ja, du eingeschlossen. Ja, natürlich. Kann man auch gewaschen. Ja, ich merke. Es ist halt so schön zusammen. Ich weiß. Und sonst so? Oh, wie stehe du? Manchmal denke ich aber auch, dass Pauli... Eva ist klein. Und dann kommt Lara und dann wirkt sie groß. Obwohl Lara für meinen Geschmack schon viel zu viel aufgeholt hat. Sie muss ein Obermann bleiben. Ich finde das auch nicht gut. Ja. Okay, ich filme weiter. Oh, Santi. Kannst du alles machen? Oh, ja. Ja, okay. Ähm. Was verlass denn jetzt? Ich bin so jung und knackig. Ich bin so jung und knackig. Ich habe einen Mordstoffwechsel. Kiki. Kiki. Findest du nicht? Ich will es gar nicht wissen. So, magst du mal festhalten statt der Kamera? Den kannst du auch filmen. Ich kann beide. Egal. Hey, Dude. Boah. Hast du eigentlich schon meinen YouTube-Kanal geguckt? Nein. Das muss ich eigentlich endlich mal machen. Ich schäm dich. Ja, echt. Hast du einen? Warte. Ja, natürlich habe ich einen. Natürlich. Jessi, hast du schon reingeguckt? Wo reingeguckt? In meinen YouTube-Kanal? In meinen YouTube-Kanal? In meinen YouTube-Kanal? Nee. Ohhhh. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Du Schwein. Ich habe sogar Arno und Diego reingepackt. Gitteres? Schwein. Ja. Ja, mir ist es zu staubig für meine schöne Kamera. Brauche ich mein Handy wieder. Sorry, Freunde. Brauche ich noch eine krasse End-Cut. Wir gehen nach Hause, ja. Das ist die End-Cut. Brauche ich noch eine krasse End-Cut. Ich glaube, das wird nichts. Gigantisch. Okay, das ist eine End-Cut-Wette.